Hi, in dieser Session beschäftigen wir uns mit der PA. Was ist eine PA? Wie wir bereits wissen, steht PA für Public Address. Mit einer PA adressiert man quasi die Öffentlichkeit. Man beschallt das Publikum. Im Deutschen verwendet man für PA auch oft den Begriff Saalanlage. Üblicherweise bezeichnet man mit PA die Endstufen, die Lautsprecher und gegebenenfalls die Frequenzweichen. Manchmal wird auch das Mischpuls für PA dazugezählt. Wir bezeichnen mit PA aber nur die Lautsprecher, Endstufen und Frequenzweichen. Wie viel Watt sollte eine PA haben? Diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Hier ein paar Richtwerte, damit man sich über die Größenordnungen bewusst wird. In einem kleinen Club laufen üblicherweise ohnehin nicht alle Instrumente über die PA. Teilweise reicht es, wenn der Gesang über die Anlage läuft. Je nachdem, wie laut es sein soll und wie viele Instrumente über die Anlage wiedergegeben werden sollen, reichen hier zweimal 100 Watt bis zweimal 1 Kilowatt aus. In einem mittleren Club oder einer kleineren Halle braucht man vielleicht zweimal 1 bis zweimal 10 Kilowatt. Je nachdem, wie laut es sein soll. Bei einem Rockkonzert oder einer Technoparty ist meist mehr Lautstärke erwünscht als bei einem Ball. In großen Hallen und Stadien bewegt man sich von der Größenordnung her bei 10 bis 100 Kilowatt pro Seite. Eine grobe Daumenregel lautet, dass man für ein Rockkonzert pro 1000 Zuschauer etwa 2 Kilowatt pro Seite braucht. Es hängt immer davon ab, wie laut es werden soll, welchen Wirkungsgrad die Lautsprecher haben und wie groß der Raum ist. Bei einem Open Air braucht man eine stärkere Anlage als in einem Raum. Denn in einem Raum wird zu dem Direktschall, der von den Lautsprechern abgestrahlt wird, auch noch der Diffusschall addiert. Außerdem kann im Freien der Wind den Schall verblasen. Im Normalfall werden Beschallungsanlagen stark überdimensioniert, sodass man sie nicht voll aufdrehen muss, um die gewünschte Lautstärke zu erreichen. Dies gewährleistet eine möglichst verzerrungsfreie Wiedergabe. Wie werden PA-Lautsprecher und Endstufen verkabelt? Im Wesentlichen gibt es hierfür vier Möglichkeiten. Erstens passive Schaltung. Das Mischpulssignal geht auf eine Endstufe und von der Endstufe geht es weiter auf passive Mehrwege-Lautsprecher. In der Box wird das Signal durch eine passive Frequenzweiche in die verschiedenen Wege aufgeteilt. Diese Frequenzweiche wird durch das Kästchen, in dem PFW steht, symbolisiert. Aufgrund der passiven Frequenzweiche kommt es zu einem Leistungsverlust. Der Wirkungsgrad ist meist geringer als bei einer aktiven Schaltung. Zweitens die aktive Schaltung mit integrierter Frequenzweiche. Wir haben hier aktive Mehrwege-Lautsprecher. Das Line-Signal des Mischpultes geht direkt auf die Box. In der Box befindet sich zuerst eine aktive Frequenzweiche und dann pro Weg eine Endstufe. Solche Lautsprecher werden meist nur bei kleineren Anlagen benutzt. Drittens die aktive Schaltung mit externer Frequenzweiche. Die Main-Outputs des Mischpultes gehen zuerst auf externe aktive Frequenzweichen, die das Signal in mehrere Frequenzbereiche aufsplitten. Jeder Weg läuft dann über eine eigene Endstufe auf eine passive Einwegbox. Viertens die Hybride-Schaltung. Hier kommen sowohl externe aktive Frequenzweichen zum Einsatz als auch boxinterne passive Frequenzweichen. Ein typisches Beispiel wäre, dass der Mischpultausgang auf eine externe aktive Frequenzweiche geht, die das Signal in zwei Bereiche aufteilt. Der tiefe Bereich geht dann über eine Endstufe auf einen Subwoofer. Der höhere Bereich geht über eine Endstufe auf eine Zwei-Wege-Box mit einem Mitten-Lautsprecher und einem Höhen-Lautsprecher. In der Box werden die beiden Wege durch eine passive Frequenzweiche getrennt. Aktive Frequenzweichen haben den Vorteil, dass an der Weiche weniger Verlustleistung auftritt und dass die Filter steilflankiger arbeiten können und somit die Wege besser auftrennen können. Es ist grundsätzlich bei allen Varianten möglich, an eine Endstufe mehrere Lautsprecher seriell oder parallel anzuschließen. Hierbei muss aber unbedingt darauf geachtet werden, dass die geforderte Mindestimpedanz der Endstufe nicht unterschritten wird. Das Ausgangssignal des Mischpultes oder das Ausgangssignal einer Frequenzweiche können per Adapterkabel aufgesplittet werden. So kann man zum Beispiel an einen Ausgang der Frequenzweiche auch zwei Endstufen anhängen oder an einen Mischpultausgang zwei Endstufen. Außerdem ist es möglich, zwei Endstufen über eine Brückenschaltung zusammenzuhängen. Wie dies funktioniert, haben wir bereits im Themenblock Lautsprecher besprochen. Wie sieht eine typische kleine PA aus? Die kleinsten Beschallungsanlagen bestehen nur aus einer Aktivbox. Solche Boxen haben manchmal auch einen Mikrofoneingang und einen Gainregler. Man kann das Mikrofon dann direkt an den Lautsprecher anschließen. Ein Mischpult oder eine Endstufe sind nicht nötig. Für eine Sprachbeschallung kann das teilweise schon ausreichen. Kleinere Anlagen für Musik arbeiten oft mit zwei passiven Fullrange-Boxen, die auf Boxenständern angebracht werden. Man fährt von den Main-Outputs des Mischpults in eine Stereo-Endstufe und dann in die Boxen. Oder man geht direkt von einem Powermischer auf die Boxen. Die Boxenständer haben standardmäßig 35 mm Flansche. Teilweise haben die Boxen zwei Mündungen für die Flansche, sodass man die Boxen senkrecht oder leicht nach vorne geneigt anbringen kann. Grundsätzlich wird die Schallenergie besser ausgenutzt, wenn man die Boxen höher montiert und sie leicht nach vorne neigt, sodass die Publikumsfläche optimal ausgeleuchtet wird. Außerdem werden so Deckenreflexionen vermieden. Typisch für solche Anlagen sind 12 Zweier- oder 15 Dreierboxen. Die Hochtöner sind oft als Horn ausgeführt. Oft kann man solche Anlagen durch ein oder zwei passive Subwoofer erweitern. Die Subwoofer dienen hierbei oft als Bodenstütze. In die Subwoofer werden Trägerstangen gesteckt, auf die wiederum die Tops, also die Satellitenlautsprecher, aufgesteckt werden. Man geht üblicherweise von der Endstufe zuerst in den Subwoofer. Im Subwoofer wird das Signal durch eine passive Frequenzweiche bei ca. 80 bis 150 Hertz geteilt. Der tieffrequente Anteil wird vom Subwoofer wiedergegeben. Die restlichen Signalanteile liegen an einem Ausgang an, der zum Beispiel mit Satellite-Out oder mit High-Out beschriftet ist. Die Gesamtimpedanz eines solchen Systems kann man üblicherweise dem technischen Datenblatt des Subwoofers entnehmen. Die Subwoofer haben in diesem Fall typischerweise 15 oder 18 Zoll Lautsprecher. Als Tops kommen großteils 12 Zweier- oder 15 Dreierboxen zum Einsatz. Teilweise werden aber auch nur 10 Zweier- oder gar nur 8 Zweierboxen als Tops verwendet. Ähnliche Anlagen gibt es auch mit Aktivboxen. Hier braucht jede Box eine Stromversorgung. Eine Verkabelung kann zum Beispiel so aussehen. Das Line-Signal des Mischpultes geht in einen aktiven Subwoofer. Hier wird das Signal geteilt. Der Bass-Wig wird intern verstärkt und wiedergegeben. Der Mid-High-Wig wird vom Subwoofer als Line-Signal an einen Output ausgegeben. Hier kann man nun aktive Tops anschließen. Die Tops wiederum haben oft einen Through-Ausgang, an den man bei Bedarf weitere aktive Tops anschließen kann. Manche Aktivboxen haben sogar einen Lautsprecher-Ausgang, an den man zusätzliche passive Boxen anschließen kann. In diesem Fall muss der Lautsprecher die angegebene Mindestimpedanz einhalten. Teilweise werden Anlagen in dieser Größenordnung auch bereits mit externen Frequenzweichen in einer Hybrid-Schaltung betrieben. Das heißt, das Mischpult-Signal wird durch die Frequenzweiche aufgeteilt. Am Bass-Wig wird über eine N-Stufe ein passiver Subwoofer angeschlossen. Am zweiten Weg wird über eine N-Stufe ein Zwei-Wege-Lautsprecher angeschlossen. Oft verwendet man live bei kleineren Konzerten nur einen Subwoofer. So hat man weniger Probleme mit Auslöschungen und Kampffiltern. Die akustischen Bedingungen sind oft zu schlecht für zwei Subwoofer. Wenn man mehrere Subwoofer verwendet, so klingt es live meist besser, wenn alle Subwoofer das gleiche Signal in Mono wiedergeben. Externe Frequenzweichen haben darum oft eine Funktion, um den Bassweg Mono zu schalten. Wie sieht eine große PA aus? Große PAs arbeiten üblicherweise mit externen Frequenzweichen. Es können zahlreiche N-Stufen und Lautsprecher angeschlossen werden. Die einzelnen Lautsprecher werden entweder gestackt, also in Türmen aufgebaut, oder sie werden geflogen, also von einem Gerüst oder einer Decke abgehängt. Gestackte Anlagen werden oft auf sogenannte Wings, also Erhöhungen gestellt. Hierauf werden die Boxen gestapelt. Die Bassboxen ganz unten und die Hochtonboxen ganz oben. Man muss darauf achten, dass die Boxen schön sauber ohne Versatz übereinander stehen. Ein Versatz der Boxen bewirkt eine Wegdifferenz für den Schall und es kommt zu Kammfiltern. Geflogene Systeme sind grundsätzlich besser als gestackte. Da das Publikum von oben beschallt wird, hat man eine geringere Wegdifferenz zwischen erster und letzter Reihe. Somit ist auch der Lautstärkenunterschied geringer. Die Zuschauerfläche wird gleichmäßiger beschallt. Typischerweise verwendet man als geflogenes System sogenannte Line Arrays. Line Arrays sind mehrere Lautsprecher, die miteinander verbunden sind, sodass sie eine vertikale Linie ergeben. Dadurch ergibt sich ein relativ breiter horizontaler Abstrahlwinkel und ein relativ geringer vertikaler. Ein geringer vertikaler Winkel ist von Vorteil, weil so Reflexionen von der Decke vermieden werden. Der vertikale Winkel kann über die Krümmung des Line Array gesteuert werden. Wenn eine Bühne sehr breit ist, können Beschallungslöcher in der Mitte der Halle entstehen. Um dies zu vermeiden, verwendet man bei größeren Bühnen zusätzlich Centerboxen, die in der Mitte über der Bühne geflogen werden. Über diese Boxen kann man entweder eine Monosumme wiedergeben oder zum Beispiel auch nur den Gesang etwas pushen. Typischerweise wird das geflogene System durch am Boden stehende Subwoofer ergänzt. Wenn eine Halle oder eine Open-Air-Fläche nach hinten hin sehr lang ist, kann man zusätzlich zur Hauptanlage auch noch eine Delay-Line aufstellen. Diese wird um die Wegdifferenz plus den Haars-Bereich verzögert, damit die Ortung auf die Hauptanlage fällt. Passive Frequenzweichen sitzen, wie gesagt, üblicherweise im Lautsprecher. Sie haben einen schlechteren Wirkungsgrad als aktive und haben typischerweise auch weniger steilflankige Filter. Aktive Frequenzweichen sind bei kleineren Anlagen meist in einer Aktivbox integriert. Bei größeren Anlagen sind sie meist externe Geräte. Da man an externen Frequenzweichen einiges einstellen kann, werden sie auch oft als Controller bezeichnet. Von solchen externen Frequenzweichen oder Controllern ist nachfolgend die Rede. Oft ist es besser, die Frequenzweiche am FOH-Platz zu positionieren. So kann man die Einstellungen besser vornehmen. Man braucht dann aber im Multicore pro Frequenzbereich einen Weg. Man kann an externen Frequenzweichen meist verschiedene Dinge einstellen. Zum Beispiel, ob man sie als Vierwege-Monoweiche oder als Zweiwege-Stereoweiche verwenden will. Für den Stereobetrieb gibt es oft eine Low-Sum-Funktion, mit der man die Bassausgänge Mono schalten kann. Oft ist ein Limiter eingebaut, der vor Übersteuerungen schützt, und ein Ground-Lift-Schalter, um Brummschleifen aufzulösen. Die wichtigsten Einstellungen sind die Trennfrequenzen für die Frequenzweiche und die Output-Regler für die einzelnen Wege. Die Trennfrequenzen müssen für die verwendeten Lautsprecher eingestellt werden. Es sollten die vom Lautsprecherhersteller angegebenen unteren Grenzfrequenzen eingehalten werden. Am besten sollte man die Trennfrequenzen anhand der vom Lautsprecherhersteller mitgelieferten Frequenzdiagramme so einstellen, dass jeder Lautsprecher optimal genutzt wird. Die Trennfrequenz sollte nicht auf eine Spitze oder einen Einbruch des Frequenzganges gelegt werden, sondern auf einen glatten Bereich. Eine Feinjustierung der Trennfrequenzen und eine Anpassung der Outputs für die einzelnen Wege erfolgt meist gehörsmäßig. Neben analogen Frequenzweichen werden live auch digitale Frequenzweichen verwendet. Diese arbeiten üblicherweise mit 96 kHz und 24 Bit. Bei digitalen Frequenzweichen hat man zusätzliche Einstellmöglichkeiten. Man kann meist zwischen unterschiedlichen Filtercharakteristiken auswählen. Man kann einzelne Wege auch verzögern, um die Einbautiefe einer Membran auszugleichen. Man spricht dann von einem Alignment-Delay. Und es gibt auch pauschale Delays für alle Wege zusammen. Diese Delays können für Delaylines verwendet werden. Digitale Controller sind heute sehr beliebt und weit verbreitet. Ein kleiner Nachteil ist, dass solche Frequenzweichen oft eine Latenz von bis zu 20 Millisekunden verursachen. Bei kleinen Konzerten, wenn die Musiker viel von der PA hören, kann sie das beim Spielen unter Umständen stören. Welche Endstufen werden live verwendet? Endstufen, die live zum Einsatz kommen, sollen in erster Linie sehr robust und leistungsstark sein. Typischerweise werden Endstufen der Klassen A, B, H oder D verwendet. Oft werden Endstufen mit Schaltnetzteilen verwendet, da so leichtere Endstufen gebaut werden können. Bei einer aktiven Schaltung mit externer Frequenzweiche braucht man pro Weg eine Endstufe. Die Leistung der einzelnen Wege muss dabei nicht gleich sein. Im Bass wird viel mehr Energie benötigt als in den Höhen. Typischerweise dimensioniert man die Leistung der Endstufen für Tief-, Mittel- und Hochtöner in etwa im Verhältnis 60 zu 30 zu 10. Die Endstufe für den Tieftöner hat also doppelt so viel Leistung wie die für den Mitteltöner und die für den Mitteltöner ist wiederum dreimal so stark wie die für den Hochtöner. Welche Lautsprecher werden live verwendet? Es kommen fast ausschließlich Tauchspulen-Lautsprecher zum Einsatz. Selten werden auch Piezo-Lautsprecher verwendet. Bei großen Anlagen braucht man sehr viele Lautsprecher. Man muss unbedingt darauf achten, dass Lautsprecher nie verpolt angeschlossen werden, denn sonst löscht sich der Schall zweier benachbarter Lautsprecher gegenseitig aus. Außerdem ist wie immer auf die geforderte Mindestimpedanz zu achten. Grundsätzlich ist die Idee des Einrauschens oder Einmessens einer PA, dass man den Klang der Anlage an die Raumakustik anpasst. Live ist es nicht möglich, dass man so wie im Studio die Raumakustik ändert. Darum versucht man, raumakustische Probleme mit einem grafischen Equalizer auszumerzen. Dass dies nur sehr bedingt funktioniert, haben wir ja bereits besprochen. Aber live hat man keine andere Möglichkeit. Bevor eine Bassfrequenz drei Sekunden nachklingt, zieht man sie lieber komplett raus. Dem Publikum wird das schon nicht auffallen. Eine Methode, um die Anlage einzumessen, ist das sogenannte Einrauschen. Man gibt als Messsignal rosa Rauschen über die Anlage wieder. Dieses Signal wird von einem Messmikrofon wieder erfasst und dann mit einem Analyzer angezeigt. Man kann nun am Analyzer Ausreißer im Frequenzgang erkennen und diese mit einem grafischen Equalizer beheben. Diese Vorgehensweise klingt zwar sehr logisch, liefert aber meistens keine befriedigenden Ergebnisse. Dies hat verschiedene Gründe. Erstens ist Musik ein impulsives Geräusch und Rauschen ein statisches. Der Raum und die Anlage reagieren bei einem impulsiven Signal einfach anders. Zweitens ändert sich die Raumakustik völlig, wenn das Publikum kommt. Das Publikum wirkt wie ein zwei Meter dicker, poröser Absorber, der am Boden liegt. Es schluckt viel Hall und viele hohe Frequenzen. Die Messungen, die man in der leeren Halle gemacht hat, verlieren deutlich an Aussagekraft, wenn erst einmal das Publikum in der Halle ist. Außerdem stellt sich die Frage, wo man das Messmikrofon positionieren soll. Befindet sich das Mikrofon im Maximum einer stehenden Welle, so sieht man eine Erhöhung im Analyzer. Steht es im Minimum, so sieht man eine Senke. Steht das Mikrofon aber in einem Bereich dazwischen, so bleibt das Problem unerkannt. Kurz gesagt, Einrauschen wirkt zwar sehr professionell und alle fragen sich, was da gemacht wird. Man kann aber eigentlich auch darauf verzichten. Wenn man die Anlage einrauscht, so sollte man das Ergebnis nur als Ausgangspunkt für eine Anpassung nach Gehör verwenden. Man legt eine CD ein, die man gut kennt und stellt den grafischen Equalizer so ein, dass die Musik so klingt, wie man es gewohnt ist. Wenn später Publikum im Saal ist, kann man während der ersten Nummer noch etwas nachregeln. Typischerweise wird man dann die Höhen etwas anheben. Bevor man die Anlage mit dem grafischen Equalizer einmisst, sollte man gegebenenfalls die grobe Balance der einzelnen Wege an der externe Frequenzweiche einstellen. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. PAs für kleine Clubs haben etwa 100 Watt bis 1 Kilowatt pro Seite. In mittleren Clubs und kleinen Hallen braucht man etwa 1 bis 10 Kilowatt pro Seite und in großen Hallen und Stadien etwa 10 bis 100 Kilowatt pro Seite. Grundsätzlich gibt es bei PAs passive Mehrwegeboxen, welchen eine Endstufe vorgeschaltet werden muss. Es gibt Aktivboxen, welchen man direkt ein Line-Signal zuführen kann. Es gibt Schaltungen mit externer aktiver Frequenzweiche. Hier braucht man für jeden Weg eine Endstufe. Die Endstufen werden im Verhältnis 60 zu 30 zu 10 dimensioniert. Kleine PAs bestehen oft nur aus zwei Full-Range-Boxen oder aus ein bis zwei Subwoofern und zwei Full-Range-Boxen. Große PAs arbeiten mit einer Vielzahl an Endstufen und Lautsprechern. Die Lautsprecher werden gestackt oder geflogen. Geflogen ist besser, weil die Publikumsfläche gleichmäßiger beschallt werden kann. Als geflogene Systeme kommen üblicherweise Line-Arrays zum Einsatz. Diese werden üblicherweise durch am Boden befindliche Subwoofer unterstützt und manchmal auch durch geflogene Center-Boxen. Teilweise kommen auch die Lay-Lines zum Einsatz. Große PAs arbeiten fast immer mit externen Frequenzweichen. An ihnen gibt es eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten, weshalb sie auch als Controller bezeichnet werden. Die wichtigsten Parameter sind die Trendfrequenzen und die Output-Levels der einzelnen Wege. Die Trendfrequenz stellt man am besten anhand der Frequenzdiagramme der Lautsprecher ein und nimmt dann eine gehörsmäßige Feinjustierung vor. Man muss darauf achten, dass man mit der Trendfrequenz niemals die untere Grenzfrequenz eines Lautsprechers unterschreitet. Beim Einmessen der Anlage versucht man den Frequenzgang des Raumes mit einem grafischen Equalizer auszugleichen. Dies funktioniert zwar nur sehr bedingt, ist live aber die einzige Möglichkeit, den Klang anzupassen. Die Methode des Einrauschens kann man hierfür zwar verwenden, das Ergebnis sollte aber nur als Ausgangsbasis genutzt werden. Am besten stellt man den Equalizer gehörsmäßig mit einer gut bekannten CD ein. Alles klar? Dein Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.